Es bedeutet, die Tür in den Türmen vor dem Sprungbett einen Runder und in den 20 Stück Platz in den Glickhack über den Tisch. Dann folgt eine schnelle Längelabsträge oder Reitenabsträge und am besten eine Konfliktion aus Beidem. Wir haben uns noch die Geschmackgruppe 5, das sind die Glickhacksträge mit anderen Träumen. Danach schließt die Sanktung vorwärts. Die Zimmermann, die Zimmermann, in der Hauskirchen, Bridget Sloane. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.